So, jetzt wird aber auch aufgezeichnet, das heißt, die ersten paar Minuten sind jetzt da nicht drauf, aber wir sehen noch im wichtigsten Teil letztendlich, warum wir das Ganze machen. Also wir möchten im ostalpinen Bereich einerseits die Individuenzahl stärken, andererseits aber auch die Genetik verbessern. Diese ganzen 300 bis 350 Bartgeier gehen letztendlich nämlich nur auf einen Zuchtstock von circa 15 Gründertieren zurück. Man hatte ja für die Wiederansiedlung, für die Nachzucht in den 70er und 80er Jahren, als es die ganze Fahrt aufgenommen hat, keine wilden Alpenbartgeier mehr. Der Alpenbartgeier ist komplett bis zum letzten Vogel vernichtet worden, also diese Linie ist letztendlich erloschen und man hat dann vor allem Vögel aus Zoos und aus Wildfängen aus Asienkult. Man hat dann Turkmenen, Afghanen, Iraner importiert und diese Vögel haben in den verschiedenen Zoos, die am Zuchtnetzwerk beteiligt waren, unterschiedlich erfolgreich gebrütet. Und daher lassen sich heute alle diese besagten Bartgeier, die jetzt im Alpenraum fliegen, auf gerade mal 15 Tiere zurückführen, die maßgeblich zu diesem Bruterfolg oder zu dem Projekterfolg beigetragen haben. 15 Bartgeier als Ahnen von 350 ist natürlich genetisch sehr, sehr wackelig. Das sind alles irgendwie Verwandte, das sind Großnichten und Onkel und Tanten, das sind Schwestern und Brüder und das macht natürlich Probleme dann, wenn es um Inzucht geht. Man möchte langfristig, dass der Bestand von 300 auf circa 1000 Tiere wächst. Das dürfte circa die Kapazität des Alpenraums sein und bei 1000 Individuen, egal ob es um 1000 Frösche, 1000 Hirsche, 1000 Bartgeier geht, bei 1000 ist dann so ein Bestand in etwa stabil. Daher möchte man das auf diese Größenordnung noch erweitern durch natürliche Nachzucht, durch Bruten im Freiland, aber auch durch Auswilderungen. Und diese 1000 werden dann aber sehr, sehr in Zucht gefährdet, wenn sie auf die immer noch auf diese 15 Gründer zurückgehen würden. Daher ist geplant, dass auch wir in Berchtesgaden in einigen Jahren Bartgeier auswildern mit unterschiedlicher oder mit anderer Herkunft, mit korsischen Gene, mit Pyrenäenblut, die sich letztlich absetzen von diesen asiatischen Linien, die bisher vor allem freigesetzt worden sind. Und damit hoffen wir einfach, dass wir unsere Bartgeier Bestände eben da in Zucht sicherer machen können. Und außer der Individuenzahl und der Genetik möchten wir auch die geografische Verbreitung noch ein bisschen anschieben, weil natürlich langfristig geplant ist, diese Bartgeier Bestände, die ja von den Pyrenäen über die Alpen Richtung Balkan gereicht haben, dann auch wieder zu verknüpfen in Richtung Vorderasien. Und es ist momentan geplant, dass man in Bulgarien auf dem Balkan in circa fünf Jahren beginnt mit Auswilderungen, vielleicht schon ein bisschen früher, wenn die Erfolge dort weiterhin so mit Vorbereitungen klappen, wie sie es bisher tun. Und daher wären wir jetzt hier in den Ostalpen der östlichste Brückenkopf letztendlich dieser Bartgeier-Population. Und dann muss man versuchen, da Verknüpfung herzubringen von den Ostalpen Richtung Balkan, damit die Geier sich dort auch austauschen und hin und her fliegen und ihre Gene mitbringen und das Ganze nochmal in Zucht sicherer machen. Das sind so die drei Hauptpunkte, warum wir das Ganze begonnen haben und bilden die Grundlagen für unser Bartgeier-Projekt. Das Ganze fußt auf eine Machbarkeitsstudie, mit der mich der LBV vor einigen Jahren beauftragt hat. Ich bin angefragt worden vom Norbert Schäffer, vom Vorsitzenden damals, ganz wertfrei mit der Frage, was könnten wir in Bayern tun, damit dem Bartgeier, aber auch dem Gänsegeier, der war so ein bisschen ein Nebenthema, wieder besser geht im Alpenraum. Wir haben ja doch nur eingeschränkte Möglichkeiten letztendlich in unserem kleinen bayerischen Alpenanteil und das Ganze war völlig ergebnisoffen. Das hätte auch anders lauten können, also keine Auswilderungen, sondern vielleicht Anlage von Futterplätzen oder auch Fazit, wir können gar nichts tun, weil wir so einen kleinen Alpenanteil haben. Aber es hat sich sehr schnell herauskristallisiert, dass wir durchaus mit eben Auswilderungen des Bartgeiers da massiv unterstützen können. Der Gänsegeier leider qualifiziert sich nicht für solche Maßnahmen. Der war nie Brutvogel in Bayern und deswegen ist es auch nicht legitim, so einen Vogel dann künstlich anzusiedeln, der bei uns historisch letztlich immer nur Sommergast war. Aber vom Bartgeier gibt es halt historische Nachweise und daher haben wir sich dazu entschlossen, dass wir versuchen möchten, den Bartgeier bei uns wieder heimisch zu machen. Nachdem dieses Ergebnis erschienen war, haben wir dann begonnen mit den ganzen vorbereitenden Maßnahmen. Wenn man so ein Projekt starten möchte, sind natürlich unendlich viele vorherige Schritte notwendig. Wir mussten zig Genehmigungen einholen, artenschutzrechtliche Genehmigungen, naturschutzfachliche Stellungnahmen. Wir mussten Kooperationen schmieden, die uns langfristig das Ganze ermöglichen werden. Hier überreicht gerade die Frau Kaniber als Landwirtschaftsministerin dem Dr. Norbert Schäffer eine dieser wichtigen Genehmigungen, dass aus ihrem Ressort da keine Sorgen vorhanden sind, dass der Bartgeier Almvieh reißen könnte oder sonst irgendwie menschliche Besitzungen schädigt. Er ist ja eben ein völlig harmloser Vogel, der niemandem was zu leide tut. Und wir haben im Nationalpark Berchtesgaden eine langfristige Kooperation geknüpft, dass wir unabhängig von personellen Entwicklungen das ganze Projekt langfristig eben gemeinsam durchführen werden. Wer weiß, ob der Norbert Schäffer in einigen Jahren noch LBV-Vorsitzender ist, sagt er immer ganz frei heraus, ob er wieder gewählt wird, ob er es noch machen möchte. Auch der Roland Bayer könnte irgendwie noch als Nationalparkdirektor einen anderen Berufsweg einschlagen. Und damit nicht an diesen Personen das ganze Projekt hängt, haben wir da eben einen offiziellen Vertrag geschlossen, dass die beiden Institutionen gemeinsam zusammenarbeiten, langfristig zum Thema Bartgeier. Und das ist eben nur so ein kleiner Einblick in diesen Wust an notwendigen Vorarbeiten. Da waren wir 2019 und 2020 doch hauptsächlich mit beschäftigt, mit diesen Formalien. Als das dann zu weit eingetütet war, ging es dann wirklich lokal ans Eingemachte. Wir mussten einen Ort finden, um unsere Bartgeier auszuwildern. Das Ganze funktionierte mit der sogenannten Hacking-Methode. Die ist langjährig schon erprobt. Man nimmt Jungvögel aus der Nachzucht, also aus Gehegehaltung, weil es nicht legitim ist, von so einer seltenen Art wie im Bartgeier Wildfänge irgendwo noch in Asien zu fangen und nach Europa zu verschiffen. Und diese Tiere aus Nachzucht müssen dann eben im richtigen Alter, das ist beim Bartgeier ca. drei Monate, in so einer Felsen-Nische ausgesetzt werden, wie in einer Art Kunsthorst. Und werden dann da die letzten Wochen über ohne Eltern sich selbst überlassen, weil sie dann schon in dem Alter auch unabhängig sind. Die haben das volle Gefieder, müssen nicht mehr gewärmt werden. Sie können auch schon selbstständig fressen, müssen also mit den Eltern nicht mehr gefüttert werden. Und man setzt ja immer mehrere Bartgeier aus, damit das Sozialverhalten sich auch entsprechend ausprägen kann. Wenn man jetzt einen Geier alleine aussetzt, dann gäbe es irgendwelche Verhaltensfehlbildungen. Aber wenn die zu zweit oder zu dritt drin hocken in so einer Nische, dann entwickeln die sich ganz prächtig und ist eben langjährig erprobt. Wir nutzen da auch nur die Erkenntnisse unserer Kollegen aus den letzten Jahrzehnten. Wir haben dafür das Rad nicht neu erfunden. Aber was wir finden mussten, ist diese wunderbare Auswilderungsnische. Hier im Klausbachtal am Fuß des Knittelhorns. Und welche Dimensionen die Nische hat, sieht man links oben auf dem Foto, wo ganz klein im rechten Teil der Nische der Tobi Kellner drinsteht. Mein Freund, der mich bei der Suche begleitet hat. Also die Nische ist rechts in die Maße angegeben. Ziemlich imposant, 20 Meter lang circa. Im rechten Bereich dann 5 Meter breit. Das ist also ziemlich viel Platz für zwei Geier. Da hätten sogar drei Bartgeier Platz, die wir vielleicht bei gutem Zuchterfolg in einigen Jahren dann auch hier und da bekommen werden. Momentan rechnen wir eben mit zwei Bartgeiern. Und als die Nische dann gefunden war, die verschiedenste Faktoren erfüllen muss, von der richtigen Exposition über Zugänglichkeit bis hin zu Wetterschutz, dann ging es natürlich an die weiteren Präparationen des Ganzen. Und die Nische musste vorbereitet werden. Da haben uns die Ranger von Nationalpark massiv unterstützt. Die haben da unglaublich viele Arbeitsstunden bei teilweise grauseligen Bedingungen reingesteckt. Man sieht auf den Fotos in der Mitte und rechts das Schneetreiben, die Altschneefelder, das Absturzgelände, also alles auch nur mit Helm in Steinschlaggelände. Das war wirklich kein Spaß, da das ganze Material hochzuschleppen und dann oben gesichert alles vorzubereiten. Also da haben wirklich die Ranger ganz tolle Arbeit geleistet. Und in vielen Stunden Arbeitsaufwand haben wir dann die Begrenzungszäune errichtet, haben die Webcams installiert, die Fotofallen hochgebracht, loses Gesteinsmaterial rausgeschoben, Sicherungsseile verlegt. Also da ist viel investiert worden, um die Nische halt auch die nächsten Jahre über benutzbar zu machen. Was wir noch gebraucht haben, ist natürlich ein Beobachtungsplatz. Wir mussten die Geier ja dann auch nach der Auswilderung im Auge behalten. Da haben wir von den Holzarbeitern, den Forstarbeitern im Nationalpark, eine wunderschöne Lärchenholzplattform gezimmert bekommen mit circa 500 Meter Abstand zur Nische, da in der Nähe von einem Schutzstrom unterm Knittelhorn. Und aus diesem Zelt heraus, das der Nationalpark angeschafft hat, haben wir dann den ganzen Sommer beobachten können. Das Zelt übrigens sehr, sehr stabil. Ich zeige nachher noch ein paar Fotos, wie grausig es da oben teilweise war. Der Name von dem Zelt, das Modell hat mir sehr gefallen. Das ist das Modell Fort Knox und ungefähr so stabil war es auch. Dem hat wenig was anhaben können. Und von dieser Basis aus kommt man dann eben die sommerliche Monitoring-Saison bestreiten. Was wir noch gebraucht haben, auch wieder durch viel Arbeitsleistung vom Nationalpark, war ein Infostand, wo sich interessierte Beobachter am Weg zur Halsalm rauf, dann die Geier zu Gemüte führen konnten. Da wurden die Bänke gezimmert, es wurden die Sonnenschirme angeschafft, Badgeierplakate und so weiter. Und auf dem Weg zur Halsalm konnten dieses Jahr, ich weiß nicht wie viele hundert Personen, wir sind nach einer Auswertung, da informiert werden über die Badgeier. Man konnte mit dem Spektiv von dort aus schön rüberblicken zur Auswilderungsnische. Und von da hatten wir wirklich einen tollen Blick. Die nutzen wir jetzt auch weiterhin, diese Stelle, um auch nächstes Jahr die nächste Geiergeneration demonstrieren zu können. Was wir noch gebraucht haben, sind die wahnsinnig schweren Geierkisten. Auch die haben uns die fleißigen Nationalpark-Mitarbeiter gezimmert, nach den Vorbildern der Schweizer. Die haben uns da hier vom Tierpark Goldau deren Maße geschickt. Die wurden dann nachgebaut. Und später kamen die dann eben beim Transport der Badgeier hinauf zur Nische, zum Einsatz. Sind leider durch die Stabilität die notwendige und die Größe. Badgeier sind ja auch sehr groß, da dürfen keine Federn abknicken. Entsprechend groß sind die Kisten. Sind die Teile sehr, sehr schwer. Die gehen so Richtung 18 Kilo, 20 Kilo. Und wenn dann der Geier noch drin hockt, mit ein bisschen Polstermaterial und so weiter, wiegt zwar drum einfach doch circa 28 Kilo. Und das den Berg rauf zu buxieren, das war wirklich eine Leistung. Ich hatte die teilweise leer ein paar Mal auf dem Rücken und habe mich kaum bewegen können. Also Respekt dann für die starken Helfer, die das Ganze auch noch den Berg mit Geier hochgewuchtet haben. Kommen natürlich später noch viele Fotos. Und auch für die Öffentlichkeitsarbeit haben wir von einem Bergsgarner Schnitzer, von Marius Brandner, eine wunderschöne Badgeier-Statue herstellen lassen, die jetzt im Klausbachhaus bewundert werden kann. Also auch solche Dinge wollten wir gleich von Anfang an irgendwie mitplanen, was der Badgeier auch einfach an Ästhetik mit sich bringt. Und die Leute noch vor Beginn der Auswilderung begeistern für den tollen Vogel. Die Statue ist jetzt ein Schmuckstück fürs Haus die nächsten vielen Jahre über. Und auch wenn man vielleicht keinen direkt kreisen sieht, hat man immer dann das geschnitzte Exemplar direkt vor Augen, wenn man Klausbachtal sich da die Gegend mal anschauen möchte. Auch der Nationalpark hat da wieder noch viel Zeit investiert. Wir haben dieses tolle, lebensgroße Badgeier, diesen Ausschnitt bekommen vom Nationalpark. Der hängt jetzt auch am Klausbachhaus neben den beiden dort schon befindlichen Steinadlern in Lebensgröße. Und jedes Mal, wenn ich vor diesem riesigen Badgeier stehe, der im Jugendgefieder hier eben links dargestellt ist, denke ich mir, okay, sie haben schon recht gut gemeint, ganz so groß ist er dann vielleicht doch nicht in Natura. Aber es ist immer wieder witzig, wenn man mal eine Feder dabei hat vom Badgeier und eine Feder hinhält an dieses hölzerne Federkleid, es stimmt eins zu eins. Also die Federn sind exakt genauso groß wie hier in diesem Holzschnitt. Und da merkt selbst der Experte immer wieder aufs Neue, wie imposant die Viecher in der Luft einfach wirklich sind. Das ist total augenöffnend, vor diesem tollen Holzschnitt zu stehen. Und ein weiteres Kapitel der Öffentlichkeitsarbeit. Wir wollten von Anfang an ein Plüschtier herstellen lassen vom LBV aus und haben dann eine Firma beauftragt mit ersten Entwürfen. Und es ging von diesem wilden ersten Modell los, das so sehr Reggae-mäßig ausgesehen hat. Dieser erste nicht wirklich diskutable Entwurf ist dann immer mehr geschoren worden und über diesen Löwen-Mähnen-Entwurf immer weiter verbessert worden mit viel Input unsererseits und Vorschlägen und ist dann immer mehr gestreamlined worden, wie man heute sagt, ist immer ansehnlicher geworden. Und das Endresultat kann man jetzt einfach im LBV-Shop auch erstehen. Das soll keine Werbung sein, aber einfach nur als Hintergrund, was wir alles so noch gemacht haben in dieser Vorbereitungsphase, außer jetzt Geier zu beschaffen und die Nische einzurichten. Dann natürlich mittlerweile heute ein wichtiges Thema, Öffentlichkeitsarbeit, Merchandise. Wir haben ganz tolle Anfragen erhalten von einem Designer, der so begeistert war von Bartgeier, dass er für uns auch solche Sachen hier layouten wollte, erstellen wollte. Und dann hat der Herr Machner da diese tollen Entwürfe gemacht, die man auch eben online jetzt kaufen kann. Das Posting bei mir im Hausgang. Einfach auch, um diesen charismatischen Vogel der Öffentlichkeit nahezubringen. Und ich glaube, mit solchen Motiven gelingt es leichter, als wenn man halt nur so abstrakt irgendwie was über das Tier erzählt, aber damit auch eine Botschaft senden kann mit solchen Outfits, die man bei den Führungen tragen, die man im Gelände tragen natürlich, wie imposant so ein Tier einfach auch wirken kann, welche Ästhetik da dahinter liegt. Und viel Arbeit unsererseits natürlich für die Online-Auftritte. Die meisten von euch sind jetzt ja über diese Wege zu uns gekommen, haben diese Kanäle genutzt. Von der Website, wo die Webcam gestreamt worden ist, über den Geier-Blog, den vor allem mein Kollege der David Schuwerk mit viel Herzblut und Arbeit eingerichtet hat und pflegt, über den Flyer, den wir erstellt haben. Also auch da ist natürlich sehr, sehr viel Büro- und Programmierzeit eingeflossen. Auch das alles nur, um euch nochmal einen Hintergrund zu erläutern, was beim LBV und beim Nationalpark an Arbeit reingesteckt worden ist in dieses Monster-Projekt. Als wir dann die ganzen Vorbereitungen soweit erfüllt hatten oder die noch gerade am Laufen waren, haben wir langsam dann begonnen, uns nach Geiern umzuschauen, um es mal so lapidar auszudrücken. Integraler Partner in der Phase dann der Tiergarten Nürnberg. Der Tiergarten Nürnberg züchtet seit vielen Jahren sehr erfolgreich für das Erhaltungszuchtprogramm Badgeier. Von den bisherigen Küken, die dort aufgezogen worden sind, sind mehrere bisher schon im Auswilderungsprojekt eingesetzt worden. Da kamen mehrere nach Spanien. Und wir haben halt gehofft, dass wir für unsere erste Auswilderung vielleicht auch gleich einen Badgeier aus Bayern bekommen. Das wäre natürlich für uns nochmal eine tolle Gelegenheit gewesen, das auch medial zu nutzen. Nur leider haben die Geier in Nürnberg dieses Jahr nicht erfolgreich gebrütet. Man kann natürlich Badgeierzucht nicht mit einer Fabrikproduktion vergleichen. Da kann immer mal was schief gehen. Und eins der Eier hat dann irgendwie einen Riss bekommen bei einem Brutwechsel. Da ist Flüssigkeit ausgelaufen. Die beiden Badgeier haben gemerkt, da stimmt was nicht und haben das Ei dann begonnen aufzufressen. Das ist eine natürliche Verhaltensweise, um die Nährstoffe noch nutzen zu können. Also ein Ei war schon mal weg. Dann lag die Hoffnung im zweiten Ei. Und da ist dann nach einiger Zeit eben leider herausgekommen, dass dieses Ei abgestorben war. Das hier ist das Röntgenbild, wo man drinnen schon so das Köpfchen, den Schnabel erkennt vom Embryo. Und auch das kann natürlich an vielen Faktoren liegen, dass so ein Brut nicht erfolgreich ist. Kommt da regelmäßig vor. Daher war es leider in Nürnberg dieses Jahr nicht mit Schlupf gesegnet. Wir hoffen nächstes Jahr wieder auf einen Jungvogel aus Nürnberg. Wir haben da ja die Experten vor Ort, die alles tun werden, damit die Badgeier vielleicht uns einen zur Verfügung stellen können, einen Jungvogel. Aber nachdem Nürnberg eben leider dann ausgeschieden war, haben wir die frohe Botschaft bekommen vom Zuchtnetzwerk, dass in Spanien in der Zuchtstation Guadalentin, die ganz abgelegen in Andalusien liegt, dieses Jahr ein Brutrekord stattgefunden hat. Die dortigen unglaublich engagierten Mitarbeiter haben dieses Jahr allein in der Zuchtstation zehn junge Badgeier-Küken aufgezogen. Und das ist ein Rekord. Noch nirgends weltweit konnten in irgendeinem Zoo, in einer Zuchtstation gleich zehn Küken auf einmal zum Schlupf gebracht werden. Und entsprechend glücklich waren wir dann, dass wir eben zwei spanische Badgeier bekommen haben. Da ist gerade die Bavaria im Schlupf. Man nimmt in diesen Gehegen standardmäßig die Eier kurz vorm Schlupf bei den Eltern weg sozusagen, damit der Schlupf unter klinischen Bedingungen stattfinden kann, damit man helfen kann zur Not. Und das ist auch ein völlig erprobtes Mittel. Das ist für die Badgeier kein Problem. Die Bavaria konnte sich nicht selber aus dem Ei rauskämpfen. Auch in der Natur helfen die Eltern oft mit beim Schlupf. Und so hat die dann eben nach und nach ein bisschen die Eischale aufgepickt bekommen von den Betreuern. Und konnte dann letztendlich doch noch aus dem Ei rauskommen. Hier sind unsere beiden Damen. Links die Bavaria, schon ziemlich vorzeigbar. Und rechts die Walli noch als kleines Knäuelchen, ziemlich nacktes. Und ruhen sich da aus von dem anstrengenden Schlupf. Der Vorteil bei Badgeiern ist, sie entwickeln erst circa mit einer Woche Lebenszeit, mit einer Woche Lebensalter eine Prägung. Das heißt, man kann in den ersten Lebenstagen die Vögel auch ganz profan in solchen Plastikboxen unter hygienischen Bedingungen aufziehen. Man kann sie füttern, man kann medizinische Checks machen und sicherstellen, dass es denen wirklich bestens geht. Ohne dass die dann später irgendwie Erprägung auf Menschen haben und vielleicht betteln oder Ähnliches. Die werden dann nach einigen Tagen zu den Eltern zurückgesetzt oder zu armen Eltern, die auch die Aufzucht übernehmen können. Das ist ein sehr, sehr eingespieltes Unterfangen. Und somit sind unsere beiden Geier-Damen dann eben in die Entwicklungsphase gekommen. Die Bavaria war anfangs zwar leichter als die Walli, das kommt dann gleich noch, hat sie dann aber sehr, sehr gut entwickelt. Und ist zum Schluss eben sehr groß und sehr imposant geworden. Wir haben sie mit ca. 5,5 Kilo in Nürnberg in Empfang nehmen können später. Und die später auf den Namen Walli getaufte junge Geier-Dame war zwar mit einem Schlupf mit fast 160 Gramm, ein gutes Stück schwerer als die Bavaria, hat aber dann nicht so stark aufgeholt und ist mit ca. 5 Kilo zu uns gekommen. Das ist einfach genetisch bedingt. Die ist klein und quirlig, die Bavaria ist groß und wuchtig. Das ist völlig legitim, dass die auch ganz ein bisschen unterschiedliche Körpermaße haben. Und als die beiden dann immer größer geworden sind, da eben im Alter von 38 Tagen mit einem dieser armen Eltern, dieser Vogel hat nicht selber gebrütet, sondern dem wurde dann nur das Küken untergeschoben, das er ganz routiniert aufgezogen hat, hat sich, ich weiß nicht, welches es ist, muss ich zugeben, ob Walli der Bavaria da sehr schön entwickelt mit ihren 38 Tagen Alter. Hier nochmal mit 40 Tagen auf der Waage, da bringt das Küken schon über 3 Kilo eben auf die Waage, entwickelt sich da sehr, sehr prächtig unter den guten Bedingungen im Zuchtzentrum. Und letztendlich sind die beiden dann im Alter von ca. 3 Monaten in Transportkisten gekommen und wurden in einer dreitägigen Fahrt immer einen speziellen Tiertransport durch Europa gefahren. Das ist völlig ein normaler Austausch von Badgern, das findet regelmäßig statt und war also auch da keine große Aufregung. Die wurden in Nürnberg in Empfang genommen, Anfang Juni, da in ihre Nester gesetzt, die vorbereitet wurden sind vom Tiergarten Nürnberg und haben auch hier schon die Ringe, links die Walli mit ihren goldenen Ringen, rechts die Bavaria in Violett. Und da zeigt sich da schon schon der Charakter der beiden. Die Walli ist sofort aus dem Nest rausgesprungen und war von Anfang an viel unternehmungslustiger, viel aufmerksamer, hat gleich mal diesen Innenraum erforscht, wo sie drin ausgesetzt worden ist. Und die Bavaria rechts war deutlich verschüchterter, ist auf ihrem Nest sitzenbleiben und war ein bisschen lethargischer, ängstlicher, keine Ahnung. Aber auch da waren es einfach schon ganz verschiedene Charaktere, die beiden. Wir haben dann zur Vorbereitung der Badgayer Unterstützung gekommen aus der Schweiz. Die Franziska Lörcher ist angereist von der Waldscher Conservation Foundation, dieser Geyer-Organisation, die federführend in ganz Europa das Wiederansiedlungsprojekt im Auge behält und leitet. Und die Franziska hat dann die Sender bei den beiden schon mal vormontiert, damit es nicht oben in der Nische irgendwie im schwierigen Gelände stattfinden muss. Wir haben links diese Beinschlaufen angepasst. Und der Sender sitzt dann oben drauf. Dieser Gurt übrigens, den Franziska links da präsentiert, ist speziell für Badgeier entwickelt, ist an Gehegevögeln lang getestet worden. Und damit kann sichergestellt werden, dass der Gurt da nirgends einschneidet, dass er vom Wachstum her nicht behindert. Und die Schweizer nennen das Ding ganz liebevoll das Gstädtli. Das ist da eben für die Badgeier angepasst worden und hat aber letztendlich auch eine Sollbruchstelle eingebaut, damit der Sender nicht lebenslang auf dem Geier sitzt, sondern in dieses Gstädtli ist ein Baumwollfaden vernäht, der die nächsten Jahre über im alpinen Klima unter UV-Licht, unter Witterung nach und nach porös wird. Irgendwann reißt der Baumwollfaden und der ganze Sender, egal ob noch in Betrieb oder schon inaktiv, fällt ab. Und in, wir wissen es nicht, drei, fünf Jahren, was auch immer, wird dann von beiden Geiern der Sender runterpurzeln. Und sie können ihr Leben dann ohne diese, naja, Belastung kann man gar nicht sagen, aber ohne dieses Ding auf dem Rücken voran fortführen. Insgesamt haben Sender und Gurt gerade einmal 80 Gramm, das ist ein Prozent des Körpergewichts, ist also quasi Armbanduhr für den Badgeier, das stört ja nicht weiter. Und als dann die Sender montiert waren, ging es noch ans Bleichen. Auch das ist ein langjährig erprobtes Mittel, weil man die jungen Badgeier, die ja ziemlich einheitlich schokobraunes Gefieder haben, in der Luft dann nicht auseinanderhalten kann, normalerweise. Aber es wird für jeden Vogel, der irgendwo in Europa ausgewildert wird, ein spezielles Strichmuster entwickelt. Da links auf dem Foto neben mir liegen die ganzen Vorlagen. Das sind die Vögel, die heuer in Europa alle ausgewildert worden sind. Und Walli und Bavaria haben dann eben ihre Bleichungsmuster da vorgegeben bekommen. Wir haben die entsprechenden Federn abgezählt. Und Walli hat ihre beiden Streifen in ihrer rechten Flügel gebleicht bekommen. Da eben links auf dem Foto liegt gerade die Walli auf dem Rücken und hat ihre Alu-Ummantelung über den Federn. Das ist letztlich wie im Friseursalon. Da wird Bleichmittel aus dem Friseurbedarf, Wasserstoffperoxid aufgetragen. Und wir blondieren unsere Badgeier damit letztendlich. Damit kann man die dann lange Zeit auch einfach so optisch erkennen. Solange nämlich die Federn an den Geiern sitzen, solche großen Federn, mausern circa nach eineinhalb, zwei Jahren, dann fallen die ab. Dann können wir das Muster noch nicht mehr erkennen. Aber für die erste Lebensphase bis 2022, 2023 können wir an den gebleichten Federn, wenn irgendwo aus der Vogel im Alpenraum gesichtet wird, immer noch erkennen, das ist die Walli. Oder eben die Bavaria. Und dann kam der große Tag. Die beiden wurden morgens um sechs in Nürnberg in Transportkisten verladen, nach Berchtesgaden gefahren und in einem großen Festakt dann hier am Klausbachhaus der Öffentlichkeit präsentiert. Ich habe die Bavaria hier im Arm, der Jochen Graf Nationalpark links hat die Walli und der Umweltminister, der Herr Glaube in der Mitte, empfängt eben als Geldgeber die beiden Badgeier. Das Umweltministerium finanziert ja das Projekt für die nächsten Jahre, bis 2023 jetzt vorerst mal. Und damit war es für alle Beteiligten ein toller Tag, um in dieser schönen Kulisse zum ersten Mal auf deutschem Boden wieder Badgeier letztendlich heimisch machen zu können. Die Namen übrigens, werden ja auch einige wissen, stammen jeweils als Wettbewerben. Wir haben die nicht einfach so erfunden, die Namen oder vergeben, sondern der Name Walli stammt von einem Leserwettbewerb aus der Süddeutschen Zeitung. Links daher mit dem Plakat, mit dem Namensschild von der Walli ist eben ein Journalist von der Süddeutschen Zeitung. Da haben um die 80 Prozent der Teilnehmer von diesem Aufruf für den zumindest als weiblichen Namen für Walli plädiert, von der Geier Walli, dem entsprechenden Roman. Und der Name Bavaria kam vom Gymnasium Berchtesgaden als Nationalparkpartnerschule. Da durften die Kinder bestimmter Klassen Namensvorschläge bringen. Und dann das Mädel im Vordergrund hat den Namen Bavaria vorgeschlagen, der dann gezogen wurde. Finde ich einen sehr, sehr passenden Namen für einen der ersten bayerischen Badgeier. Und damit waren die halt also auch getauft. Der Rummel an dem Tag war trotz Corona beachtlich. Hier auf den Fotos so ein bisschen erkennbar, was da los war an Medienauflauf, an Kamerateams, an Journalisten, an Übertragungswagen. Das war wirklich überwältigend. Wir haben nicht erwartet, dass RTL und ORF und die Süddeutsche und die Taz und was weiß ich noch alles kommen würden. Und mir ist gesagt worden, dass seit Nationalparkgründung 1978 kein einziger, kein einziger Event jemals so viel Medieninteresse auf sich gezogen hätte wie dieser Tag am Klausbachhaus. Da wurden alle Beteiligten doch leicht überrollt. Und das hat natürlich jetzt schon die Weichen gestellt für die spätere Berichterstattung, als wir gemerkt haben, okay, das wird richtig groß. Das haben wir so natürlich erhofft, aber in dem Ausmaß gar nicht wirklich erwartet. Wir haben es dann abends gesehen und in den nächsten Wochen und Monaten, wie die Berichterstattung dann letztendlich medial immer größere Kreise gezogen hat. Ständig waren Fernsehteams vor Ort, die mit uns gefilmt haben. Der Bayerische Rundfunk war regelmäßig da. Wir waren immer in die Rundschau live zugeschalten. Die Süddeutsche hat eben rechts oben mit dem eigenen Badgeier-Logo eine eigene Kolumne entwickelt, wo alle ein bis zwei Wochen fast ganzseitig berichtet worden ist über das Projekt. Und der Ritterschlag medial war dann rechts unten, als wir am Tag der Auswilderung sogar in den Tagesthemen waren. Also größer geht es halt fast nicht in der deutschen Medienlandschaft. Und wir waren wirklich total verblüfft und begeistert, was für tolle positive Resonanz das letztendlich mit sich bringt, dieses Projekt. Dann kamen die besagten starken Träger zum Einsatz. Die Transportkisten wurden auf den Rücken geschnallt von BISF-Mitarbeitern von den Bayerischen Staatsforsten und auch von Nationalparkrangers. Und mit einem Tross an Begleitern eben hier rechts ging es dann zum Aufstieg vom Klausbachhaus aus rauf in die Halsgrube und weiter rauf Richtung Knittelhorn. Das Gelände wurde immer alpiner dann. Die Ranger mussten sich auch regelmäßig abwechseln, weil diese super sperrigen und schlecht ausbalancierten Kisten mit den zappelnden Geiern drin kaum jemand länger als eine Viertelstunde schleppen konnte. Aber mit eben mehreren starken Helfern wurden die dann nach und nach raufgebracht. Natürlich hat es Punkt genau zu Beginn des Aufstiegs begonnen zu regnen. Den ganzen Tag vorher war schönes Wetter. Links tragen wir teilweise das Regenzeugs noch. Und als wir in der Nische dann drin waren, hat es dann sogar das Donner noch angefangen. Da war ich so mittelbegeistert, weil rings um uns rum ja ein Haufen Metallzeug verbaut war. Also von den Begrenzungszäunen über Eisenanker und was weiß ich noch alles wäre es durchaus im Rahmen des Möglichen gewesen, dass jetzt sowohl die zehn Helfer als auch die zwei Badger gleich mal gegrillt werden durch einen ungünstigen Witz-Einschlag. Aber glücklicherweise sind dann später doch Mensch und Material wieder dort gelandet, wo sie hingehören, nämlich ins Tal. Und die Geier sind dort gelandet, wo sie hingehören, nämlich in die Nische. Da haben wir es rausgenommen, die beiden. Links eben wieder die Bavaria, rechts die Walle. Wurden dann letztes Mal gecheckt, ob alles passt, ob die Ringe gut sitzen, ob die Sender gut sitzen, sind dann auf ihre vorbereiteten Nester gesetzt worden. Auch da wieder die verschiedenen Charaktere. Links die Bavaria, ganz willfährig, ganz sanftmütig auf ihrem Nest hocken geblieben, das da mit Schafwolle ausgepolstert war. Links den Sender sieht man noch schön auf dem Rücken. Und die Walle ist sofort aufgehüpft mit ihren goldenen Ringen, hat sofort zu fressen begonnen, eineinhalb Meter von uns entfernt und war auch da gleich wieder neugierig und quirlig. Also der Charakter von beiden hat sich da gleich wieder mal bewiesen. Vom Sender übrigens links bei der Bavaria hat man dann sehr schnell nimmer viel gesehen. die werden von den Badgeiern dann nach wenigen Tagen nicht mehr als Fremdkörper wahrgenommen, sondern einfach auch ins Gefieder eingeputzt. Nur noch oben das Solarpanel steht dann weitgehend raus und die Antenne, die hinten noch erkennbar ist, wird wie ein Federkiel durch den Schnabel gezogen und wird auch geputzt. Da erkennt man halt schon, dass die Geier das Ding nicht wirklich störend empfinden, sondern fast als natürlichen Körperteil dann sehr schnell wahrnehmen. Und dann hat unser Monitoring begonnen. Ab dann waren wir nicht mehr oben letztendlich. Die Geier konnten sich da ihre Nische gleich mal erschließen, haben begonnen herumzuwandern, sich das Ganze anzuschauen. Und der Blick linksdurchspektiv hat uns dann eben wochenlang begleitet. Wir haben unten von unserem Beobachtungszelt aus jede Minute letztendlich im Auge behalten, was die beiden so tun, haben alles mitdokumentiert. Und sie konnten dann erstmals Alpenluft schnuppern. Die haben bisher eigentlich noch nie Berge gesehen gehabt, weil weder im Zuchtzentrum noch in den Transportkisten war irgendwie große Aussicht. Und jetzt haben die beiden dann eben zum ersten Mal wirklich Gipfel gesehen. Und dann gleich bayerische Gipfel. Das war natürlich sicher ein Highlight. Unsere Webcam, die wir installiert hatten, war auch ein großer Publikumsrenner, weil man da den Geiern wunderschön zuschauen konnte. Hier links, ja genau, hier sehen wir gleich die ersten Flugübungen. Die beiden haben sich sehr schnell sehr gut eingelebt. Und dieser Blick hier in die Nische hat viele, viele Leute erreicht und für sehr viele Leute sehr viel bedeutet. Wir haben mittlerweile, ich glaube, über fast 600.000 Zugriffe auf diese Webcam, 11.000 völlig friedliche und begeisterte Kommentare im Forum dazu. Also das war absolutes Highlight. Ich habe da regelmäßig Fotos geschickt bekommen aus irgendwelchen Anwaltskanzleien, wo links Textdokumente geöffnet waren und rechts oben im Bild Livestream läuft. Also für viele war das wirklich ein Teil des Alltags, den Geiern zuzuschauen, sich auszutauschen, wie geht es Ihnen, passt alles, sind Sie sichtbar, hocken Sie links irgendwie aus der Sicht an dieser Felsnase und also Webcam sicher eine ganz tolle Einrichtung, die man nochmal verbessern möchten, wo wir schon dabei sind, jetzt bessere Kamerawinkel und bessere Batteriesysteme zu entwickeln. Also auch da ist noch ein bisschen eine Möglichkeit zur Optimierung. Man hat dann auch in der Webcam mitverfolgen können, wie die beiden sich miteinander so abgeben. Die erste Zeit hier, Bavaria links relativ aggressiv. In den ersten Tagen waren wir so ein bisschen beunruhigt, weil die Bavaria ihren körperlichen Vorteil ziemlich schnell ausgespielt hat und die Valle doch ziemlich dominiert hat, hat die schönsten Futterstücke sich immer angeeignet, hat sie teilweise gegen den Begrenzungszaun gedrängt und da waren wir schon ein bisschen mit Bauchschmerzen, ob mit den beiden alles gut geht, aber sie haben sich sehr, sehr schnell aneinander angepasst und angefreundet und waren schon nach einer Woche dann fast unzertrennlich, da gab es dann kaum mehr Reibereien und die beiden haben ein wahnsinnig gutes Verhältnis entwickelt zueinander. Das Einzige, was wir noch machen mussten, ist zu füttern, die konnten nicht rauskommen, um was zu fressen zu finden, in dieser Phase bringen die Eltern normalerweise noch das Futter und nachdem die Eltern in Spanien waren, mussten wir das übernehmen, wir haben dann je nach Bedarf, wir haben auf der Webcam ja ungefähr gesehen, was noch drin liegt, circa alle vier Tage Futter hochgebracht, so einen großen Eimer voll mit circa fünf bis sieben Kilo Gamsknochen, es wurde für die Fütterung übrigens keine einzige Gams mehr erlegt, keine zusätzliche erlegt, sondern die Abschüsse, die ohnehin stattfinden im Bereich der Bayerischen Staatsforsten und auch im Nationalpark, diese Regulierungsabschüsse wurden dazu genutzt, um unverwertbare Teile, die nicht als menschliche, zu menschlichen Verzehr geeignet sind, also gerade eben die Köpfe, die Wirbelsäulen, die Schalen, die Läufe und so weiter, um die dann eben an die Geier zu verfüttern und da hat man drei große Gefriertruhen voll über Monate hinweg zusammengesammelt mit verschiedenen Stücken und mit dieser abwechslungsreichen Nahrung konnten die Bartgeier dann sehr gut auskommen, in der ersten Zeit haben wir noch mehr fleischige Teile mit hochgeworfen, um den Wasserhaushalt zu unterstützen, dann kam immer mehr Fälliges dazu, wie diese Läufe, das regt die Gewöllebildung an, also auch da haben wir auf eine ausgewogene Ernährung geachtet und an den Geiern hat letztlich an nichts gefehlt. Die beiden haben sich dann eben auch weiter gut entwickelt, hier vor der anderen Webcam gab es dann auch hier natürlich mal Reibereien und die Walli bietet jetzt eben schon Paroli, der Bavaria, lässt ihnen immer alles gefallen, also auch beim Streit ums Futter ist dann ziemlich schnell Augenhöhe irgendwo entstanden und auch der Webcam-Blick wird nächstes Jahr natürlich noch ein bisschen optimiert werden. Das Sicherungsseil, das die ganze Zeit hier so mitgewackelt hat, werden wir auch nächstes Jahr dann abmontieren. Wir wussten nicht, ob wir es brauchen würden. Heuer haben es zur Sicherheit mal drin gelassen. Das sind alles so Erkenntnisse, die wir dann aus diesem Jahr gewonnen haben und hier übrigens in der Kameraeinstellung sieht man fast schon ganz links oben im Bild diese sandige, fast weiße Lichtung im Wald. Da ist unser Zelt aufgebaut und aus diesen circa 500 Meter Entfernung haben wir unsere Geier dann im Blick behalten. Hier ist unser Monitoring-Zelt mit dem Team aus Nationalpark und LBV-Mitarbeitern, ehrenamtlichen Praktikanten, also eine ganz bunte Mischung an Enthusiasten, die sich da Wochen und Monate lang oben aufgehalten haben und von früh bis spät, wirklich anfangs von 5 in der Früh, da war es noch kaum hell, bis abends zum Finsterwerden gegen 9 hin war immer jemand an diesem Zelt beim Beobachten, damit die Geier praktisch keine Minute unbeobachtet sind. Wir wussten nicht, ob irgendwas passiert, ob es zu Angriffen kommen würde durch die Steinader in den Lokalen, ob ein Geier aus der Nische herausfällt, ob Fotografen versuchen würden, sich an die Nische hinzuschleichen für irgendwelche Exklusivfotos. Das war unser erstes Jahr, wo wir nicht gewusst haben, was da genau auf uns zukommen würde und deswegen sind wir von Nummer sicher gegangen und haben praktisch rund um die Uhr Überwachung eingerichtet. Auch nachts sind dann eben Kameras mitgelaufen mit Infrarotsensoren, die alle Annäherungen gleich erkannt hätten. Also da war auch sehr, sehr viel Manpower und sehr viel Sitzfleisch gefragt, um unsere Geier wirklich dann die ganze Zeit im Auge zu behalten. Das Leben im Zelt, nicht nur in der Nische, sondern im Zelt, war auch natürlich von der alpinen Witterung geprägt. Es hat von Gewittern mit Hagel über Regenphasen bis dann im Herbst wirklich zu richtigen kalten Perioden, wo man es morgens dann ohne Decke und Co. nicht ausgehalten hat. Alles geboten. Aber Fort Knox hat sich bewährt letztendlich und auch das grausigste Bergwetter konnte für das Beobachtungsteam einigermaßen komfortabel und sicher überdauert werden. Also nächstes Jahr wird diese Plattform wieder genutzt werden mit einem ähnlichen Zelt und wir freuen uns schon auf die nächste Saison da oben in der Bergwelt. Es war übrigens keine Minute langweilig, auch wenn die Geier vielleicht mal stundenlang schlafen haben. Also weder ich noch, ich glaube, einige der anderen Helfer, Helferinnen waren jemals so, dass wir gesagt haben, boah, was machen wir jetzt hier oben? Es ist so fad. Es war immer was zum Schauen. Also es war ständig was geboten da oben von den kreisenden Steinadlern über die Gämsen, die auch uns beobachtet haben, über die Alpendolen, die Vogelstimmen, den Steinschlag in der Umgebung. Also es ist ein totales Geschenk, da Stunden in der Natur verbringen zu können und nur zu schauen und zu lauschen, auch wenn vielleicht mal bei den Geiern gerade Flaute ist. Wenn man ein bisschen ein Gespür dafür hat, ist es da oben letztendlich keine Minute langweilig. Und ich freue mich aufs nächste Jahr, da wieder zehn, zwölf Stunden Schichten zu schieben. Klingt erstmal intensiv, aber ist fast Wellnessprogramm, weil man da völlig abschalten kann. Die Nische hatte außer den beiden Webcams noch für den internen Gebrauch sozusagen verschiedene Fotofallen, die der Nationalpark eingebaut hatte. Da kommt man nochmal ganz andere Winkel von dem ganzen Nutzen. Die waren mit Funk betrieben, sodass wir dann regelmäßig Fotos zugeschickt bekommen haben, um das Verhalten der Geier auch aus der Perspektive beobachten zu können. Und hier sieht man dann schon eben schön, wie die beiden sich aneinander angepasst haben und dann da fast kuschelnderweise auf dem Nest hocken und dann irgendwann unzertrennlich wie ein Herzen eine Seele nicht mehr voneinander gewichen sind. Also die Aggressionen der ersten Zeit waren sehr schnell beendet und die beiden waren dann wirklich wahnsinnig harmonisch miteinander und das haben auch die europäischen Experten, die uns da vor Ort unterstützt haben, bestätigt, dass kaum jemals eine Auswilderung so friedlich verläuft wie bei den beiden. Also 80 Prozent der Konstellationen sind viel aggressiver. Wir hatten sehr, sehr viel Glück mit unseren beiden Geierdamen, dass die uns als erstes Jahr gleich so eine schöne Harmonie-Show geboten haben. Nichts zu erwarten für die nächsten Jahre, dass es wieder so idyllisch abläuft, da wird es der Reibereien kommen, aber das ist völlig normal und wir sind gespannt, was auch wieder Spannendes passieren wird die nächsten Jahre. Und diesen Blick haben wir dann eben wochenlang vor Augen gehabt, hier die Walli im Bild, wie sie gerade frisst und Flugübungen macht. Wir haben von unten alles mit dokumentiert, was die beiden so gemacht haben. Es hing ständig jemand mit dem Auge auf dem Spektiv und hat jeden Flügelschlag, jedes Futterstück, jede Ausscheidung, jede Interaktion vermerkt, dass Unmengen an Daten zusammenkommen, die wir auf Datenblättern eingetragen haben und die natürlich dann ausgewertet werden im Lauf der Zeit und mit späteren Jahren verglichen werden. Da kann man tolle Masterarbeiten daraus machen, verhaltensbiologische Studien anstellen und später dann eben Analysen rückwirkend machen, ob zum Beispiel die Anzahl der Flügelschläge korreliert ist mit dem Ausflugsdatum und ähnliche tolle Sachen. Also da schlummern dann Datenschätze, mit denen man sicher noch viele spannende Sachen anstellen kann. Das ist schon mal die erste kleine Auswertung, die wir jetzt mal holter-die-polter dargestellt haben. Die beiden haben sich nämlich zum Beispiel auch von in der Intensität der Flugübungen stark unterschieden. Die Bavaria oben mit dieser lila Kurve hat viel massiver geflattert und herumgehüpft als die Walli, aber auch viel stärkere Unterschiede gehabt von Tag zu Tag. Die Walli hat sich graduell gesteigert bis zum Ausflugstag. Die Bavaria hat eben große Auf und Abs gehabt, waren auch die erste, die gestartet ist am 8. Juli, aber auch vielleicht kann man sowas dann langfristig mal eben auswerten, wenn man von mehreren Geiern diese Datensätze hat, ob es da irgendwo eine Korrelation gibt, eben, dass diese Entwicklung mit dem Ausflugsdatum vielleicht was zu tun hat, sodass man in späteren Jahren dann schon vorab berechnen kann, wann circa die Geier dann starten werden. Und dann kam der große Tag, die Bavaria hat die Lüfte erobert und unsere Webcams hatten ihren ersten nennenswerten Ausfall genau in den Minuten, wo Bavaria beschlossen hat, dass sie ausfliegen möchte. Gerade in dieser Viertelstunde, halben Stunde, wo sie losgesegelt ist, war die Kamera, also keine der Webcams aktiv, wir haben keine Videoaufzeichnung vom Erstflug, wir haben dann erst dieses Bild, als Bavaria unten sitzt, unter der Nische, sicher auf dem Stein gelandet und klar war, der erste Badgeier in Bayern seit circa 140 Jahren hat sein Nest, in dem Fall ein Kunstnest, verlassen und hat seinen ersten Flug erfolgreich absolviert. Und von der Walli, die wenige Tage später angestartet ist, drei Tage später haben wir dann Bilder, da hat die Kamera wieder funktioniert, die Walli schaut raus, früh morgens um Viertel nach sechs in die Morgensonne, überlegt noch kurz, soll ich, soll ich nicht und fasst sich dann ein Herz und startet los. Noch viel Geflatter, das wurde in den nächsten Wochen dann deutlich, deutlich souveräner, aber das war ein Bilderbuchstart ins Leben und somit waren beide dann letztendlich raus, die Nische, hatte ihren Zweck erfüllt. Und kurze Zeit später waren sie wieder zusammen, die, obwohl es drei Tage unterschiedlich ausgeflogen waren und Bavaria schon mehr Flugerfahrung hatte, aus die Walli, hat es wirklich nur wenige Stunden gedauert und die beiden haben sich wieder gefunden gehabt, unterhalb der Nische und waren dann schon wieder unzertrennlich, die beiden sind dann nur noch aufeinander gehangen die ganze Zeit, haben die Futterplätze gemeinsam genutzt, haben die Übungsflüge gemeinsam gestaltet und das waren wirklich teilweise nur wenige Stunden, wo die beiden sich mal aus dem Auge verloren hatten, bevor sie sich wieder aneinander angenähert hatten und gemeinsam gekreist sind, gemeinsam gefressen haben, gemeinsam geschlafen haben. Also auch da wieder völlig idyllisch. Nach dem Ausflug die Begegnungen mit anderen Wildtieren waren total spannend, hier links oben, links am Bild eine Gamsmutter mit ihrem Kitz hockt wenige Meter vom Geier oben auf dem Felsen entfernt, die weißen Striche übrigens sind die Sicherungsseile, die wir da unten verlegt haben, die hochführen zur Nische, die da also im Gras liegen und die Gämsen haben sehr, sehr schnell gelernt, dass die Geier keinerlei Bedrohung darstellen, also Wildtiere erkennen sehr schnell, was gefährlich ist und was nicht. Wenn da Adler gesessen wäre auf dem Felsen, hätte die ganze Begegnung deutlich anders ausgeschaut, nämlich heillose Flucht und Abwehr durch die Mutter und rechts auf dem Bild, das ich hier leider nur zum Teil erkenne durch die Teilnehmerliste, ganze Gamsrudel, wir haben regelmäßig Geiß-Kitzrudel mit 20, 30 Tieren da gehabt, also wussten wir auch, dass in der Umgebung genügend Nahrung da ist durch abstürzende Tiere oder umkommende Gamskitze, circa 50 Prozent der Gamskitze überlebt den ersten Winter nicht, dass da eben genügend Nahrungsverfügbarkeit für unsere beiden Aasfresserinnen später auch vorhanden wäre. Dann kam die Phase, wo beide eben die Nische nur noch wenig angeflogen haben, wo wir im Gelände mehrere Futterplätze etabliert haben. Wir haben in dieser Zeit dann nach dem Ausflug unsere Geier auch trainiert. Die müssen ja letztendlich lernen, wo man in der Natur später Nahrung findet und daher haben wir die Futterplätze auf Anraten der Experten so angelegt, dass die Geier da gewisse Aha-Effekte erzielen, weil ja selten die Gams irgendwo in der Almwiese einen Herzinfarkt bekommt, sondern wenn die abstürzt, wenn die von der Lawine mitgerissen wird, dann wird die Gams in einer Rinne, in einer Vertiefung, in einer Lawinenschneise oder auf dem Schuttfeld zu liegen kommen. Und deswegen haben wir Nahrung auch gezielt dort ausgelegt, wo natürlicherweise Kadaver sich ansammeln, um den Geiern bei der Nahrungssuche dann eben diese diese positiven Verknüpfungen zu ermöglichen, sodass sie später jetzt bei ihrer wilden Erforschung des Alpenraums gezielt in solchen Strukturen nach Nahrung suchen. Und außer den Bartgärten natürlich haben sich viele andere Tiere den Bau vollgeschlagen an dem ausgelegten Futter. Das war aber auch völlig in Ordnung. Links oben hocken die Kohlgraben, links unten ist ein Alpendohlenschwarm, der da die Knochen blank pickt. Die grauen Fotos rechts und in der Mitte unten sind Säuger, rechts oben der Fuchs und unten der Marder, die sich da was holen. Und natürlich unzählige Bartgärer Fotos, wo die beiden sich da ihre ausgelegte Nahrung holen. Zeigt auch für uns die Wichtigkeit von Biomasse, von Aas im Gelände. Die beiden Bartgärer sind ja über ihre Persönlichkeit hinweg, also über ihre Wichtigkeit als Individuen, natürlich ganz, ganz wichtige Botschafterinnen für die Wichtigkeit von Kadavern, von toter Biomasse in der Landschaft, um ein bisschen wegzukommen von unserer Hygienementalität, dass auch auf einer Alma abgestürzte Schaf mal liegen bleiben darf, dass nicht jede tote Gams, die herunterfällt und am Wanderweg liegt, sofort entsorgt wird, weil einfach unzählige Tierarten angewiesen sind auf Aas und auf Kadaver. Und das sind die beiden einfach tolle Botschafterinnen für diese für diese Thematik. Und wenn man für Bartgeier mehr tote Tiere draußen liegen lässt, profitiert in Folge eine Vielzahl an anderen Arten, an spezialisierten Käfern, an Vögeln, an Insekten, die tote Tiere einfach zwingend brauchen für ihr Leben. Und dann haben wir diese Wochen und Monate gehabt, der Flugspiele, sich des Eroberns des Luftraums, da haben wir wahnsinnig schöne Aufnahmen bekommen, vor allem von Markus Leitner und von Michael Wittmann, die da viele, viele Stunden in der Natur verbracht haben und die beiden dokumentiert haben. Das ging von spielerischen Luftkämpfen links oben, über das Nutzen von Thermiken, über das Erlernen von Landungen, wo man ja stark abbremsen muss, ohne dass die Luftströmer komplett abreißt und wir Steinen vom Himmel purzeln, über das Klarkommen mit Schlechtwetter, mit Nebel, mit Regenfronten, wo beide dann teilweise gestrandet waren, tagelang am Hochkönig und nicht mehr zurückgefunden haben, weil sie mit Nebel nicht fliegen konnten. Also sehr, sehr spannende, intensive Zeit für uns und auch für die Geier. Durch die GPS-Sender konnte man relativ genau sagen, wo sie sind jeweils, wenn wir sie aus den Augen verloren hatten, aber die vielen Stunden, die wir sie da kreisen gesehen haben, natürlich ein super Highlight für jeden, der das erleben durfte, irgendwo in den Berthesgadener und umliegenden Alpen. Und wir haben viele, viele Fotos geschickt bekommen von Bergsteigern, von Kletterern, die einfach zufällig bei ihren Touren Badgeier gesehen haben und total begeistert und beglückt uns diese Bilder geschickt haben und sich bedankt haben, dass sowas jetzt hier wieder möglich ist, durch die erste von vielen, vielen Auswilderungen, die wir hoffentlich noch durchführen können. Neben diesen Interaktionen der beiden auch viele Kämpfe mit den Steineradlern. Das war für uns ein bisschen ein heikles Thema, weil wir nicht gewusst haben, wie das lokale Adlerpaar auf die beiden großen Vögel in ihrem Kernrevier reagieren würden. Die beiden Klausbacher Adler, die seit vielen Jahren das Revier besetzt halten, waren mittelerfreut, dass da jetzt so ein großer Vogel wieder an denselben Thermik hängen, mit herumfliegt, aber haben sich sehr schnell an die beiden angewöhnt gehabt. Wer uns wirklich Probleme gemacht hat, war der junge Adler. Die Klausbacher hatten dieses Jahr Nachwuchs, die haben ein junges Weibchen erbrütet und dieser junge Steineradler hat wirklich wochenlang krawallmäßig die Badgeier angegriffen und mit denen da Katzenmaus gespielt, weil Badgeier doch sehr wendig und schnell sind, Steinadler sehr wendig und schnell sind und von einem dieser Luftkämpfe hat die Walli jetzt leider auch eine Narbe am Unterkiefer, die hat eine Adlerkralle zu spüren bekommen, aber auch das hat sich dann irgendwann entspannt, das Verhältnis und immerhin wissen unsere beiden Geier jetzt, wie sie mit Steinadlern umgehen müssen, die sie auf ihren nächsten Jahren der Wanderschaft in vielen Situationen im Alpenraum noch erleben werden. Und allein, dass wir jetzt solche Bilder von majestätisch kreisenden Badgeiern wieder in unseren Alpen, in unseren bayerischen Alpen erleben dürfen, das war den ganzen Aufwand letztendlich schon wert, also obwohl wir noch keine Effekte erzielt haben bezüglich höheren Bruterfolg und und bessere Genetik und so weiter, ist allein so eine Begegnung hier am Berg, finde ich das Ganze schon mal wert und auch die Reaktionen, die wir da eben erhalten haben, sprechen Bände, dass die Leute total begeistert sind, sowas hier erleben zu dürfen. Ja und jetzt zur letzten Phase oder zur aktuellen Phase des Projekts. Unsere beiden Badgeier waren ja monatelang noch im Nationalpark hauptsächlich heimisch und haben bis circa Mitte Oktober den Bereich um Watzmann, Königsee und Co. erforscht und dann hat am 17. Oktober, wenn ich es recht erinnere, die Bavaria plötzlich herabbeln bekommen und ist losgeflogen und ist in einem mehr oder weniger dreitägigen Non-Stop-Flug mit einer kurzen Pausen losgepowert bis in die östlichsten österreichischen Alpen und erst fast in Sichtweite von Wien an der Raks am Schneeberg hat sie den Halt gemacht, ganz drüben im Osten, als praktisch die Welt zu Ende war, die Berge aus waren und sie vielleicht irritiert einen Tag lang hinausgeblickt hat in die ungarische Tiefebene am Horizont und sich überlegt hat, was mache ich jetzt? Wir haben das Ganze ziemlich nervös beobachtet, weil auch schon Badgeier weitergeflogen sind und dann ins Flachland irgendwo rauskommen sahen. Die wurden teilweise wieder aufgesammelt, sind teilweise da verschollen und wir waren entsprechend froh, als sie nach einem Tag Bedenkzeit umgedreht ist und links zurückgeflogen ist, also Richtung Westen in die österreichischen Alpen, hat sich dann lange Zeit rumgetrieben in den niederen Tauern am Dachstein im Nationalpark Gesäuse und hat dort Futter gefunden, hat sich die Welt angeschaut und war dann direkt am Rückweg offenbar wieder zu Walli nach ihrem sechswöchigen Ausflug, als dann links an diesem weißen Kästchen leider am 24. November im Blühnbachtal der Sender versagt hat. Wir wissen nicht, was passiert ist, ob was passiert ist, keine Ahnung, jedenfalls war die Bavaria dort in schlechtem Wetter, bei ohnehin schon niedrigem Akkustand auch wieder einige Tage inaktiv. Es war kein Flugwetter und als sie dann wieder losgeflogen ist, war der Sender defekt, warum auch immer, Akku entleert oder irgendwie einen mechanischen Fehler, vielleicht irgendwie an anderen Felsen gedonnert. Wir haben keine Ahnung, leider. Wir wissen nur, dass Bavaria vier Tage nach dem Senderausfall am 28. November definitiv dort noch gesichtet worden ist. Ihre Färbung ist erkannt worden von einem Jäger bei der Gamsjagd und der hat mir dann genau beschrieben, wie dieser Bartgeier gefärbt war und das war eins zu eins Bavaria. Also wir wissen, ihr geht es gut, sie lebt, sie fliegt herum. Wir haben seither aus dieser Gegend, vor allem aus dem Bereich Werfen, Golling, noch ein, zwei verdächtige Sichtungen erhalten von großen Greifvögeln, sage ich jetzt mal, von denen einer die Bavaria durchaus sein könnte. Der Sender leider eben momentan verstummt. Wir haben vom Hersteller durchaus die Option erfahren, dass er vielleicht wieder anspringt, vor allem wenn das Wetter besser wird. Die Sender haben relativ hohen Energiebedarf und das Problem ist, dass die Sender die Daten einfach über das Handynetz schicken und wenn der Geier tagelang irgendwo im Funkloch sitzt, versucht der Sender ständig irgendwo Handyempfang zu erhalten und man kennt ja selber, wie energieintensiv sowas ist. Wenn man mal eine Stunde unten im Keller aufräumt und kein Netz hat, dann ist das Handy halb leer, weil das Handy ständig auf Netzsuche war und das könnte der Grund sein dafür, dass der Sender eben jetzt nicht mehr sendet und momentan bei diesem schlechten Winterwetter mit viel Schneefall, mit vielen Wolken sich auch nicht mehr ausreichend auflädt. Vielleicht springt er im Frühling dann wieder an bei besserem Sonnenschein und die Kollegen aus den hohen Tauern haben uns ein bisschen beruhigt. Auch die haben solche Sachen schon erlebt. Die haben einen besendeten Badgeier, der schickt sporadisch alle paar Monate mal Positionen und verstummt dann wieder. Das liegt einfach an der Technik, sowas ist nie ausgereift. Da gibt es gewisse Fehlerquoten, aber ich bin auch daher ganz entspannt, weil wir eigentlich jetzt nur das erleben, was unsere Kollegen im Alpenraum seit 1986 eigentlich schon standardmäßig durchgemacht haben. Badgeier sind in den ersten Jahrzehnten völlig unbesendet ausgewildert worden und in den 80er, 90er und Nuller Jahren, wenn man da einen Badgeier ausgewildert hat und der ist in der nächste Kante verschwunden, am Felsen oben, am Hang oben, dann war er weg und man hatte keine Ahnung mehr, wo der verschwunden ist. Also erst seit 2008 werden Badgeier regelmäßig besendet mit dieser entsprechenden Fehlerquote und wir haben bisher zumindest die komfortable Situation, dass wir diesen tollen Weg mitverfolgen konnten und die Hoffnung haben, dass der Sender nochmal eben wieder anspringt. Aber wenn man die ersten 20, 30 Jahre über Badgeier ausgewildert hat, hat man genau das tagtäglich erlebt, was wir jetzt mitfühlen müssen. Und bei der Walli ist es jetzt letztendlich ähnlich. Die Walli hat noch keinen solchen Weitflug unternommen gehabt, sondern ist eigentlich im Nationalpark sehr, sehr anscheinend sehr heimisch gewesen, hat sich vor allem in der Watzmann-Ostwand lange Zeit aufgehalten, um ein Königssee rum geflogen, in die Chiemgauer Alpen, Richtung Hochkönig und steinendes Meer geflogen und ist dann eben witzigerweise genau zur selben Zeit, wo der Sender Ausfall von Bavaria war, erstmals Richtung Osten geflogen, Richtung Blühnbachtal und wir haben jetzt einfach keinen Beweis dafür, weil der Sender von der Bavaria nicht mehr gesendet hat, aber die Walli war zeitgleich im selben Gebiet, wo die Walli, die Bavaria gesichtet worden ist. Und ich bin schon der Meinung, dass die beiden zumindest dann einige Zeit wieder gemeinsam unterwegs waren, hier im Bereich Salzachtal, Blühnbachtal und da gemeinsam unterwegs waren. Die Walli war jetzt in letzter Zeit, die letzte Woche über, hier an diesem weißen Kastel am Passlueck, zwischen Golling und Werfen, hatte da anscheinend in einer Felsrinne Nahrung gefunden, die ist immer dieselbe Rinne angeflogen und hat da ordentlich gefressen, hatte schlechte Wetter, mit dem ganzen Wintereinbruch ausgesessen und dann konnten wir leider an ihrem Sender verfolgen, wie unter den aktuellen Bedingungen auch da der Akkustand immer schlechter wird und bei sieben Prozent, vier Prozent, ein Prozent der Sender leider jetzt, ich glaube vorgestern mit null Prozent verstummt ist. Wir wissen aktuell nicht, wo die Walli ist, wahrscheinlich ist sie dann noch im Gebiet, aber bei ihr ist es wenigstens sehr wahrscheinlich, dass bei stärkerem Sonnenschein der Sender auch da irgendwann wieder mal funktioniert und wir sie wieder orten können. Es wird jetzt einfach eine gewisse Unsicherheit die nächste Zeit über, aber auch das gehört einfach dazu bei so einem Projekt, da ist einfach nichts garantiert, das ist Natur und Sender sind Technik, die können ausfallen und werden auch die nächsten Jahre über immer wieder mal ausfallen. Was schon mal ganz spannend ist, wenn man sich anzuschauen, was dieser Flug von der Bavaria schon mal jetzt vielleicht bedeutet hat, wir hoffen schon, dass wir durch unsere Geier, die wir deutlich nördlicher auswildern als die Kollegen in Österreich die letzten Jahrzehnte über, vielleicht sogar komplett neue Gebiete für Bad Geier im Ostalpenraum erschließen können. In dem grünen Bereich da rechts drüben, wo die Bavaria bisher unterwegs war, ist nämlich seit Beginn der Wiederansiedlung 1986 erst zweimal Bad Geierflug nachgewiesen worden. Also erst zwei Bad Geier, der Adonis und ich glaube der Joker wurden die genannt, die beiden, haben sich in diesen Gegenden herumgetrieben. Ansonsten konzentriert sich das sehr stark in Österreich auf die Zentralalpen im Bereich Hohetauern und vielleicht fliegen unsere Bad Geier, weil die einfach andere Gipfel als Leitlinien haben mit Dachstein und Co. jetzt in anderen Gebieten herum langfristig als die bisherige österreichische Geierpopulation. Also das kann so einen Impuls jetzt setzen, wo wir nochmal ganz neue Wege in den Ostalpen beschreiten können mit unseren Geiern und vielleicht der Population wirklich so auf den Sprung helfen, wie wir es gerne tun würden und dann die Verbindung eben runter Richtung Südosten, Richtung Balkan noch besser etablieren können. Also das wird spannend, die nächsten Jahre sowas mitzuverfolgen, welche Auswirkungen unser lokales, kleines Projekt auf diesen Ostalpinen Bestand hat. Und letztlich ist unser Plan ja, wie ich anfangs schon gesagt habe, dass wir bis circa 2030 Badgeier auswildern. Wir hoffen, dass wir jedes Jahr zwei bis drei junge Badgeier aus dem Zuchtprogramm erhalten können. Und das langfristige Ziel ist einfach, dass wir einen Brutbestand aufbauen, der sich so locker in der Gegend etabliert. Junge Badgeier haben nämlich einen wirklichen Heimattrieb. Die haben eine Prägung auf das Gebiet, wo sie ausgewildert worden sind. Und wir wissen aus den bisherigen Jahrzehnten des Projekts, dass circa zwei Drittel aller Badgeier zurückkehren in die Region, wo sie einst ausgeflogen sind. Also entweder aus ihrem natürlichen Horst oder aus diesen Auswilderungsnischen. Und daher ist es durchaus möglich, dass entweder Walli oder Bavaria in die Gegend zurückkehren und in den Chiemgauer Alpen, Salzburger Alpen, Berzgarner Alpen dann in einigen Jahren nach ihren Wanderungen heimisch werden. Und unser Ziel ist letztendlich, dass wir so lockeres, so lockere Ansammlungen an Revieren etablieren. Dann auch mit Männchen natürlich dazu. Wir werden die nächsten Jahre auch Männchen zugewiesen bekommen vom Zuchtprogramm. Oder die beiden lernen irgendwann auf ihren Flügen auch junge Badgeier kennen, die ohnehin schon im Alpen unterwegs sind. Und wenn sich da ein Pärchen bildet, ein Revier etabliert, dann werden die auch in Jahren, fünf, sechs, sieben, acht Jahren zu brüten beginnen. Und sobald in der Region Badgeier schlüpfen und da ein bis zwei Küken verlässlich jedes Jahr erzeugt werden, dann beenden wir unsere Auswilderungen. Dann ist der Punkt erreicht, wenn die Natur so viele Küken produziert, wie wir künstlich auswildern würden, dann ist der Schlusspunkt für so ein Projekt eben erreicht. Und das ist erfahrungsgemäß in circa zehn Jahren der Fall. Daher diese Planung bis circa 2030. Das nur so zum Verständnis, warum wir diese Jahreszahl im Auge haben. Also wir hoffen natürlich auf einen kleinen Brutbestand, der insgesamt dann dem Ostalpenbestand unter die Schwingen helfen wird. Und das war jetzt über eine Stunde aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich hoffe, die ganzen Details waren nicht zu ermüdend. Immerhin die Teilnehmerzahl ist nicht nennenswert geschrumpft. Wir haben nur zwei Leute verloren die ganze Zeit über. Und vielleicht etwas daher doch ein bisschen interessant für den, die ein oder andere. Und jetzt kann ich sehr, sehr gerne natürlich noch Fragen beantworten, die im Chat am besten gestellt werden oder schon gestellt worden sind. Ansonsten, wie gesagt, kann man auch dann die Hand heben im Zoom und sich erkenntlich machen, dass man was dazu beitragen möchte. So, jetzt schaue ich hier gerade in den Chat. Genau, da sind noch, da ist ein Tipp hier von einer Firma für die Boxen, für die Transportboxen. Okay, das ist interessant. Und jemand hat Probleme mit dem Ton gehabt. Ich sehe jetzt erst die Sachen im Chat eben leider. Was ich nicht sehe bisher, sind Fragen. Also bitte keine falsche Scheu. Ich beende jetzt auch hier die Aufzeichnung, damit da niemand sich irgendwo exponieren muss und vielleicht seine Frage vor Publikum stellen möchte. Also jetzt beenden wir auch die.